Holger! Einen wunderschönen Abend. Da sind wir wieder. Freut mich, dass Sie alle da sind. Und ich glaube, dass wir heute viel Geld unter die Menschen bringen werden. Ich hoffe es jedenfalls, obwohl diese entschlossenen Gesichter, die ich hier hinter den Damen und Herren sehe, mich doch sehr skeptisch stimmen lassen. Aber wir versuchen es mal. Und ich bin ja immer dafür, dass die Zuschauer das Geld kriegen, Frau Wundsen, wissen Sie ja. Bin ich auch sehr sympathisch von Ihnen. Ich bin dafür, dass wir es immer alles erraten. Natürlich. Das meiste brauchen Sie ja nicht zu erraten, das wissen Sie ja eh. Das ist das Schöne an der Sendung. Zum Beispiel die erste Frage, bin ich mir sicher, dass die sofort einer weiß. Also die Frage nicht, die Antwort. Und zwar, Frank Förster kommt aus Plauen, schöne Stadt in Sachsen und möchte gerne wissen, was ist ein Klosettschieber? Ein Scheißjob? Richtige Antwort von deiner Leute. Nächste. Nächste. Das ist ein Tanz. Das ist ein alter Tanz. Schieber hat man doch früher so bestimmte Tänze. Richtig, war ein Schieber. Max, du hast das Schieben raus. Max, du hast das Schieben raus. Siehst du mit mir los, schiebst du mit mir los. Siehste, also ein Toilettenschieber. Wahrscheinlich sahen die alle total kacke aus, wie so eine Brille. Klosettschieber. Klosettschieber. Schatz, tanzt du mit mir nochmal den Klosettschieber? Wie geht denn der? Kannst du den vorbehalten? Ja, aber ist ja jetzt gerade auch von Sinn. Klosettschieber. Klosettschieber? Soll ihr so rum? Ja. Wer ist denn jetzt das Klosett? Also sie ist die Brille und nicht der Deckel oder so? Vielen Dank für den Tanz. Sehr schön, dass du es falsch hast. Ich nehme an, das ist ein Accessoire für die Toilette. Um irgendwelche hartnäckigen Rückstände zu beseitigen. Es gibt Klosettswürsten, die gibt es auch. Und dann gibt es ja die ganz hartnäckige. Und dann nimmt man die Schubschab. Das ist mir auch bekannt. Das ist ein Accessoire aus der Toilettenfraubranche. Der Toilettenfraubranche. Wenn Sie wüssten, Frau von Sinn. Nein, ich weiß es. Wie weit sie weg sind. Ich weiß es. Das sind diese... Pass auf. Klosettschieber, das sind diese Gummiteile. Von diesen öffentlichen Toiletten wird das mit dem Schlauch alles sauber gemacht. Und dann gibt es so Gummischieber. Abzieher. Abzieher. Früher Abzieher genannt. Nicht, Herr Hohe Ecker? Und seit heute heißt das? Seit heute Klosettschieber. Seit heute? Ja. Seit eben. Just in diesem Moment. Just. Herr Balner, es gibt doch die berühmten mobilen Dixi-Klosse. Natürlich. Die müssen doch irgendwie an den Orten transportiert werden, wo sie dann auch stehen. Und diese Wägelchen, um die Toiletten zu transportieren, wird man Schieber nennen. Ne. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich würde nur nicht auf die Handwerker gehen, die diese Dinger aufstellen, sondern Schmuggler. Oh. Genau. Das ist übel. Das ist ein Schieber. Ja. Das ist ein Schieber. Das ist ein Schieber. Das ist ein Schieber. Die Dixi-Klos nach Tschechien. Ja, genau. Die treffen sich so an der ganze Zeit. Ey, willst du die Klosettschieber? Ey, willst du die Klosettschieber? Spezialisiert auf Scheißhause. Ja. Ey, brauchst ein Dixi? Sehr schön. Sehr schön. Alles verkehrt. Alles verkehrt. Klosettschieber. Was mit Toilette... Toilette hat das schon was zu tun? Oder heißt das einfach nur Klosettschieber, weil... Das heißt ja Toilettenschieber. Ist das vielleicht ein Druck für, das heißt Kludettschieber? Das ist einfach eine sehr schwere, sehr gewichtige Frau. Die im Mittelalter sich dann einen Stab von Leuten halten musste, die sie von einem Ort zum anderen geschoben haben. Der Kludettschieber. Der Kludettschieber. Aber sind wir dennoch im Mittelalter, Herr Balder, und bei den... Der Versuch war eine ernsthafte Antwort. Nein. Ja, aber ich hab das ja schon an der Nasenspitze. Ich kenn' Hugo ja nicht so gut. Ne, eben. Eben. Ich muss ja hier täglich mit dem Mann im Herzen sitzen. Ja, tut's mir leid. Ja, ich mir auch. Aber sind wir trotzdem im Mittelalter, als die Menschen eben noch auf Plumpsklos saßen und der Schieber war der Deckel, um vielleicht oben so das Loch zuzuschieben? Nein. Ich glaub vielleicht... Das ist heute auch so ein bisschen grobmotorisch, du kannst doch nicht Nein sagen. Gibt es das heute noch? Gibt es das heute noch? Ja, natürlich. Ein Klosettschieber gibt es noch. Ja, sicher. Kann ich kaufen. Gibt es noch? Geht los zu Obi und sag, ich hätte gerne einen Klosettschieber. Bei Obi weiß ich jetzt nicht so genau, aber... Gibt es den denn schon lange? Den Klosettschieber? Ja. 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 Gibt es den vielleicht nur in Plauen? Nein. Aber ich könnte jetzt durchaus mal gut gelaunt die Frage stellen, ob es sich bei diesem Klosett überhaupt unter... um das Wasser... Klosett WC handelt, was wir alle im Moment in unseren Festplatten... Und was könnte es sich denn noch handeln? Ein Insekt, Herr Balder? Ein Schmetterling? Ein Kaktus? Eine alte Apfelsorte? Es wäre nicht das erste Mal. Ein Tier? Ja. Das ist ein Schmetterling. Das stimmt. Vielleicht ist es ja ein jüdischer Seefahrer-Mittelalter. Ja. Richtige Antwort von Herrn Balder. Nein, 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 nein. Alles falsch. Nein. Also geht es um das herkömmliche Wasserklosett, Herr Balder? Geht es um ein Klosett? Es hat damit etwas zu tun. Allerdings gebe ich zu, sehr wahr. Vielleicht ist es etwas, was man ursprünglich aus der Reinigungsbranche für Klosetts benutzt hat und später für andere Dinge weiterhin benutzt. Zum Beispiel die Zahnbürste. Wart ihr nicht beim Bund, oder was? Dann hörst du dir die Wege. Womit machst du denn die Zahnbürste? Die Zahnbürste? Nein, also sowas wie jetzt... Also ich dachte an irgendwas, irgendwie so ein Büschel vorne, ein Reinigungsbüschel, was an so einem langen Draht ist, womit man früher Klosetts... Lange beiseite. Ist es vielleicht... Ist es vielleicht... Herr Herbst, Herr Herbst, ich singe gleich mein Lieblingslied. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Dimmst. Meine Damen und Herren, wenn Sie in diesem Moment für RTL rüberschalten, ich kann es Ihnen nicht verüben. Wollen Sie jetzt mit der richtigen Lösung kommen, sonst hätte ich eine Frage. Es ist ja eine Frage gestellt, und zwar von Hugo. Nein, ich glaube... Wie wäre... Es ist vielleicht... Es ist... Es ist glaube ich... Aber es könnte auch... Aber es könnte auch... Ich dachte vielleicht ein Begriff aus dem Militär. Oh. Bundeswehr, Militär. Oh, ja. Genau. Und zwar... Richtig. Ja. Im Einsatz... Ja. Ja. Du weißt es doch noch, Ralf. Klar. Ich war ja lange... Ja. Zwölf Jahre. Ja, ja. Ja. Und zwar in diesen... Holzverschlägen, wo man da auf Klo ging, da waren ja so Eimer drunter früher. Das kenne ich aus so Vietnam-Filmen. Das hast du gemacht beim Bund? Ja. Das war der Eimer. Das war der Eimer. Und das waren vielleicht Klosettschieber? Weil... Nein? Nein. Soll ich es euch sagen? Nein. Das ist doch was... Ein bestimmter Baum? Ein Ast? Ein... Ein Ast? Ah, der Mensch früher hat ja vielleicht gerne mal so... Donnerbalken. Ein Donnerbalken. Ein Donnerbalken. Der Kläranlagen. Vielleicht bringt uns der Dialekt weiter. Was heißt es denn auf Sächsisch? Toilettenschieber. Klosettschieber. 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 Ich würde... Vielleicht ist es einfach so was ganz... Nicht Ordinäres, weil da würdet ihr sofort wieder was Falsches darunter verstehen. Nämlich das Richtige. Ich meine so etwas wie eine Schiebregel, die man ursprünglich bei der Toilette benutzt hat. Und das wird generell auch woanders benutzt. Ja. Ja, finde ich sehr gut. Das ist schön. Klosettschieber. Na jetzt sind wir doch endlich mal ganz weit weg. Und jetzt... Jetzt sage ich euch einfach was es ist. Das heißt, ich sage es euch nicht, ich zeige es euch. Ja. Normalerweise habe ich mich ja schon darauf gefreut, sagen zu können, Frau von Sinn hat bestimmt einen. Auch jetzt. Dabei? Dabei. Aber heute nicht. Was heißt ein Klosettschieber? Heute nicht. Und selbst wenn, wüsste ich nicht, ob Frau von Sinn an ihren Overalls, die er sie immer trägt, diese wunderschönen Dinger, ob sie da Klosettschieber hat. Es gibt nämlich nicht nur Klosettschieber, es gibt auch noch andere. Und jetzt zeige ich euch, was ein Klosettschieber ist. Das ist ein Klosettschieber. Warum das denn? Weil der so heißt. Weil der scheiße aussieht. Dieses Teil hier unten sieht doch aus wie ein Klo und heißt Klosettschieber. Na das war da nicht drauf gekommen. Frank Förster aus Blauen 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Toll. Mann. Reißverschlüsse. Da ist so ein Reißverschluss. Und warum sieht der jetzt anders aus als der andere? Weil das ist der jetzt, wo man sich drauf... Ja, es gibt auch noch den Doppelstab, den Wender und den Kugelschieber. Das sind alles verschiedene Dinger, die sehen... Es gibt ja auch Reißverschlüsse, die haben so andere, so schmale... Klosettschieber. Nächste Frage, Alter. Nächste Frage, jawoll. Ich freue mich. Wir kommen zu Katja Jaffan. Sie wohnt in Rostock. Jaffan oder Jaffan. Katja möchte folgendes wissen. Warum tragen Krupiers ihren Dienstsmoking nie privat? Weil die Taschen zugenäht sind, damit man denen nicht zusteckt am Spieltisch. Vielen Dank, Hella. Sehr gerne. Du verdienst dir noch ein bisschen was nebenher. Ja. Und das ist natürlich Eierkram, privat einen Anzug zu tragen, wo die Taschen zugenäht sind. Richte Antwort, ja. Richtig. Herr Herz. Katja, tut mir leid. Absolut richtig. Ich stelle es mir nur schön vor, wie er wahrscheinlich so den ganzen Tag an so einem Kruppier rumnässtelt und versucht aber gerade zu kriegen. Er hat das zugenäht, weißt du. Das ist so dein Humor jetzt. Ja. Es ist in der Tat so. Es ist Vorschrift. Die Taschen der Smokings der Krupiers müssen zugenäht sein. Katja, ich mach dir das alles wieder gut. Schick meine SMS. Natürlich. Wir kommen zu Ulrike Brandt. Sie wohnt in Münster und möchte folgendes wissen. Warum sind die 1300 Bewohner von Helgoland... Weiß ich. Das weißt du. Achso, ne. Warum das so viele sind? Warum sind die 1300 Bewohner von Helgoland zur Zeit gezwungen, öfter einen Kurzurlaub zu nehmen? Weil die neu gestrichen wird, die Insel. Weil dieses Rot hat ja keiner mehr ertragen auf Dauer. Von der roten Anna da, oder? Die wird überflutet, die Insel. Die wird einmal im Jahr so richtig überflutet und die können alle nicht schwimmen. Großes Reine machen. Genau. Frühjahr. Ich lecker. Da kommt dann mit der Arsch der Noah vorbei und dann sagt, er kommt Kinder und wir machen uns hier leckere Party. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle 1300 Einwohner gleichzeitig dazu gezwungen sind, aber der eine oder andere schon. Aha. Das ist eine wichtige Info, die uns bislang fehlt. Deswegen sagt es. Einmal im Jahr. Nein. Zu völlig unbestimmten Zeiten, das kann auch niemand voraussagen, sind die einfach momentan... Hat das was mit den Gezeiten zu tun? Mit Ebbe und auch Flut? Nein. Falsch. Ich glaube es ist ein Verwaltungsproblem. Die Öffnungszeiten der Helgolandischen... Fährbetriebe? Nein, nein. Verwaltungseinrichtungen. Die ist zum Beispiel nie. Die. Also... Ja. Die haben die immer zu. Ich kann aber bemühen uns hier alle den ganzen... Ja, na, 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 na. Ja, so wie sein... Egal, was... Exorzist im Saal. Nein, die haben einfach... Egal, weil die nehmen sie weniger. Die nehmen sie weniger. Egal. Also die haben, die öffentlichen... Das Rathaus hat, die haben kein Rathaus und wenn sie irgendwas wollen im Rathaus, dann müssen sie die Insel verlassen, weil die da nämlich keins haben. Das wird gerade renoviert. Wenn sie irgendetwas wollen, müssen sie die Insel verlassen. Das ist lustig. Alles klar. Einkaufen, genau. Einkaufen und deswegen gehen die woanders hin. Aber vielleicht ist es ja so, dass die, die die Insel verlassen müssen, um auf dem Festland zu arbeiten, auch auf die Fähren angewiesen sind und die Fähren aber so überfüllt sind von den ganzen Touris, die da billiger Zigaretten und Schnaps kaufen wollen, dass die gezwungen sind... Nein, 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 nein. Helgoland... Halsch. Ich kann sehr arrogant sein. Halsch. Mario Böse. Warum bist du? Arschloch. Er kann so ehrlich sein. Du warst der? Jürgen. Jürgen. Soll ich nach kurz, ihr könnt dann... Es würde reichen, wenn du rausgehst. Okay. Also, ich glaube auf Helgoland gibt es beispielsweise kein Standesamt. Und zum Heiraten müssen die nach Hamburg, weil Helgoland gehört zu Hamburg. Oder gehört Helgoland nicht zu Hamburg. Aber müssen die denn alle heiraten? Gehört Helgoland eigentlich zu Niedersatz? Jürgen. Jürgen. Das muss doch nicht jedes Jahr... Müssen doch nicht tausend 300 Leute jedes Jahr neu heiraten. Jürgen. Jürgen. Darf ich kurz ausreden? Ja. Was ist denn los, Herr Benjen? Hast du heute schon... Gehört Helgoland... Hör mal, was ich dich noch... Ja. Gehört Helgoland zu Hamburg oder zu Niedersatz? Spielt das eine Rolle? Ja, natürlich. Nein, das spielt keine Rolle. Es ist völlig egal. Ich habe auch nicht gesagt... Ich habe extra gesagt, dass nicht alle 1.300 Leute dahin Kurzurlaub machen müssen. Sondern der eine oder andere ist momentan schon mal gezwungen, einen Kurzurlaub zu machen. Das weiß er aber nicht vorher. Ich weiß es. Er weiß es nicht vorher. Er weiß es in der Regel nicht vorher. Weil er nicht damit rechnet, dass er auf Toilette muss. Die haben da keine Klos. Weil die keine Klosettschieber haben an den... wo auch immer gehen wird... Die müssen zum Sterben aufs Festland. Zum Sterben. Zum Arzt. Weil Helgoland kein... Sie müssen doch nicht alles belachen. Moment. Sie müssen... Warum kommt es denn von Klo auf Sterb? Sie müssen zu einem Arzt. Ja. Sie müssen einmal im Jahr... Zu welchem und warum? Natürlich, das weiß ich ganz genau, dass die... und zwar die weibliche Bevölkerung Helgoland muss aufgrund der gynäkologischen Unterversorgung... Nein, sind es Frauen oder Männer? Völlig egal. Dann ist es ein Allgemeinmediziner, es gibt die Grippe. Haben die keine Ärzte auf Helgoland oder was? Es gibt eine bestimmte Facharztrichtung, die dort fehlt. Helgoland möchte einen Proktologen, wirbt seit Jahrzehnten Proktologen an, aber es kommt keiner. Es gibt eine bestimmte Facharztrichtung, die dort fehlt. Dann gehen wir alle 795 durch und dann haben wir es. Ich habe zufällig die gelben Seiten dabei. Jetzt machen wir es so, damit Ulrike eine Chance hat. Wir haben noch drei Versuche. Zwei. Drei. Zwei. Zweieinhalb. Zwei. Aber selbst wenn ihr mir den Arzt sagt, würde ich das nicht gelten lassen, weil ich möchte gerne wissen warum. Wir wollen uns kurz beraten. Können wir bitte... Du hättest gerne Nummer und Telefon? Ja. Wenn wir jetzt schon nicht drauf kommen, sagen Sie uns aber auch den Arzt nicht oder sagen Sie uns nicht? Ich sage gar nicht so. Kannst du uns so die ersten sechs Buchstaben dieser Facharzt sagen? Also nicht, dass du uns zu weit hilfst. Derma zum Beispiel. Das wäre ja ein Tipp, wo man sagen müsste, wir müssen noch ein Stück weit nach. Das ist ja ein Inselstab. Was gibt es denn zum Beispiel für Ärzte, die nur im Gebirge oder hauptsächlich, wenn irgendein Krankheit... Tropenarzt. Das Tropische Institut sitzt in Hamburg. Das ist sehr gut möglich. Was sollen die denn da? Die stecken sich doch nicht an mit irgendwelchen Malaria. Das ist ja Quatsch. Wieso, wenn einer mal nach Malaria fliegt und trinkt die Hühnergrippe mit? Das ist doch viel zu fein. Vielleicht ein Psychologe mit Höhenangst, weil die Insel ist so flach und wenn dann mal einer auf die... Psychologe? Psychologe ist gut. Psychologe? Genau, die waren immer so aus. Ich versuche mal einen Trick. Es könnte ja was mit einem Psychologen zu tun. Nein. Nein. Okay. Warte, wir haben ja noch zwei Versuche. Ja, wir haben noch zwei Versuche. Zwei Versuche. Und vor allen Dingen, es ist ja... Es kommt ja spontan. Das war schon der erste Film. Was war der erste? Hallo! Das war doch kein Mehrheitsentscheid, was ich hier von mir gegeben habe. Der kleine Mann ohne Haare, der hat dir nichts zu melden. So! Das war ein Versuch von mir. Ich sag nichts mehr. Die Tropenartoffe war ja auch nicht schlecht. Tropenartoffe war ja auch nicht schlecht. Tropenartoffe? Ich finde sowas seltenes, finde ich viel cooler. Was ist das? Tropenartoffe? Was ist das selten? Ich zähl mal runter. 200... Hämatologen? Komm, wir setzen uns wieder hin. Also ich weiß, dass Sie da eine Parkinson-Klinik haben und die haben Ärzte, die sind da sehr ausgewählt für zum Beispiel. Also neurologische Sachen haben die hundertprozentig da an Bord. Helgoland. Helgoland. Ja. Aber ich finde... Tropenartoffe? Ja, komm. Ich muss ja erstmal nachgucken, was das für einer ist. Also, welchen Arzt? Tropenartoffe. Tropenartoffe ist falsch. Ich sage euch, um was es geht. Helgoländer müssen zur Zeit aufs Festland reisen, wenn sie Zahnschmerzen haben. Und zwar aus folgendem Grund. Der einzige Zahnarzt der Insel ist in Rente gegangen. Und ein Nachfolger wurde noch nicht gefunden. Wisst ihr warum? Weil es keine freie Wohnung gibt. Das kann... Nein. Also suchen jetzt einen Zahnarzt, der gerne zeltet. Die warten jetzt... Bis der alte Zahnarzt stirbt. Bis der alte Zahnarzt stirbt. Die warten jetzt, bis irgendeiner stirbt, damit ein Zahnarzt auf die Insel kommen kann und in die Wohnung einzigen kann. Das ist eine Tatsache. Aber Helgoland hat ja ein großes Hotel. Der Zahnarzt könnte doch durchaus, wie damals Herr Thoma auch mit seiner Lebensgefährdung Maritim, könnte doch ein paar Monate mal in den großen Hotel gehen. Liebe Zahnärzte, schicken Sie Ihre Werbung bitte an genial daneben Sat1 Postfach Köln. Wenn es einer zahlen würde, würden Sie es wahrscheinlich machen. Aber das ist eine Tatsache und Ulrike Brandt aus Münster ist um 500 Euro reicher. Ich gratuliere Ihnen, Ulrike. Sehr gut. Auf eine Redewendung hatten wir lange nicht mehr. Was bedeutet Oberwasser haben? Woher kommt diese Redenzahl? Oh, aus dem Maritimen bereit. Ja. Unter dem Kiel und so, Handbreit. Kennen wir alle Oberwasser? Unter dem Kiel, genau. Oberwasser haben. Ist Maritim und Seefahrt, das nautische Element, sind wir damit ganz falsch? Ganz falsch. Ja. Das wollte ich schon mal ausschließen. Also das... Das hast du sehr gut gemacht. War sehr gut. Sehr gut. Oberwasser ist zum Beispiel das, was meine Hosen nie haben. Die... Das heißt Hochwasser. Das heißt Hochwasser. Achso. Deshalb haben Sie es ja nie. Oberwasser haben... Oberwasser haben... Also wollen wir erstmal die Redewendung aufdrösen. Ja. Wann sagt man das denn? Man hat Oberwasser, wenn man gerade unter einem guten Stern irgendwas macht. Wenn man Erfolgreich kann. Wenn man überlegen ist. Wenn man überlegen ist. Überlegen ist. Überlegen ist. Der hat gerade Oberwasser. Der fühlt sich gut. Der fühlt sich gut. Bei der Taufe ist der Täufling unterhalb der überlegene Geistliche oberhalb. Jetzt bin ich raus. Und hat das Wasser... Ich bin gerade raus. Jetzt kommt's ja nicht. Mario, kannst du mir eben gucken, ob der wirklich Wasser trinkt? Hat nämlich das Oberwasser, schüttet er herunter auf den Täufling. Ja, von unten nach oben kann er ja nicht schütten, Herr Ulker. Wie soll das funktionieren? Ja, gar nicht. Und deshalb heißt es ja, Herr Falde. Durch ein Wunder. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Menschen früher Wasserspeicher zum Beispiel hatten, weil sie noch keine Leitungen hatten. Oder zum Beispiel im Brunnen musste Wasser sein. Ach, Balder. Nicht im Brunnen. Nicht im Brunnen, aber wir sind im Mittelalter und wir sind bei Wasservorräten. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Mittelalter sind. Und wir sind auch bei Wasservorräten, bei Speichern, bei... Nein, wir sind nicht bei Wasservorräten. Was? Nicht bei Wasservorräten. In den Städten haben früher die oberen Schichten oberhalb der Stadt, also im oberen Wasserbereich der Stadt gewohnt, weil da das Wasser sauberer war. Weil die ganzen Kloaken-Restsachen, die sind nämlich ins Wasser einfach geleitet worden. Und die sozial Niedergestellten, Herr Herbst wird sich noch daran erinnern, haben unterhalb... Haben unter Wasser, unterhalb, also im unteren Wasserlauf gelebt. Haben Sie sich verstanden nochmal? Ne, nicht nochmal! Hatte ich mit allem speziell Handwerk zu tun? Müller zum Beispiel, Mühlen... Richtige Antwort von Frau von Sinn, ja. Ja? Ja! 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 Ich lasse es so gelten, es stammt aus dem Mühlwesen. Wassermühlenbesitzer, deren Mühlräder das Wasser von oben auf die Schaufeln bekamen, also Oberwasser hatten, waren besser dran als Mühlenbetreiber, die nur Unterwasser hatten. Weil Unterwasser gewöhnlich weiters geringere Antriebskraft erzeugt als Oberwasser. Das kommt aus dem Mühlenwesen eine richtige Antwort von Frau von Sinn. Ich will ihm dir Ruhe bleiben! Das tut mir leid! Frau von Sinn, sehr gut! Chapeau! Sehr, sehr gut! Jens Malchow wohnt in Neustrelitz, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und Jens möchte wissen, was ist eine Schwanzschlinge? Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Sie meinen einen Cockling! Ist das nicht dasselbe? Ich fürchte, nein! Das ist Englisch der Schwanzschlinge, vielleicht. Eine Schwanzschlinge. Hört sich aber nach Schwalbe an, irgendwie, ne? Vögelchen. Nach Schwalbe? Vögelchen? Eher nein. Insächtchen? Eher nicht Vögelchen. Ich denke eigentlich an ein Möbelhaus. Ah! Ich denke an Geburtstag. Ein Möbelhaus? Ja. Du auch? Ein Geburtshaus? Nein. Mein Gedanke wäre Schweinezucht. Und zwar ist ja das Schweinchen, Schwändchen, Gerinkelchen. Also... Mach du mal weiter. Tierwelt aus der Kühe. Und zwar sieht man das ganz oft von der Kühe, ja? Sieht man ganz oft, wenn die in ihrem Stall stehen und vorne fressen, dann haben die die Schwänze. Stimmt! Damit die sich nicht so... Richtig! Im Kuhstall, da gibt's solche Schlingen, da werden die Schwänze... Falsche Antwort, aber schön. Aber war nicht schlecht. Super! 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 Es ist doch Schweinchen! Aber... Handelt es sich bei der Schwanzschlinge um eine Art Falle oder ein Fanggerät für bestimmte Tierarten? Es handelt es sich um eine Art Fanggerät, ja. Handelte. 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 Im weitesten Sinne. Sind wir bei den Walfängern? Wir sind nicht bei den Walfängern. Da waren wir ja eben auch schon lange. Warum auch Schlangen? Fische-Aktion? 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 Fische-Aktion. Eine Schwanzschlinge für Fische. Schwimmbar gibt es Angelmethoden mit Haken. Und dann gibt es natürlich diese ökologische Fangmethode. Ah, mit Dynamite. Nein, das ist nämlich auch der Tipp, weil die Frage kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist die wunderschöne Mecklenburg-Vorpommerische Seenplatte. Insofern gehe ich auch tatsächlich davon aus, dass es aus dem Angelsport kommt. Das wollte ich nur kurz sagen. Gut, wie funktioniert die? Es ist ja soweit richtig. Die Schwanzschlinge, ist sie für Aale? Nein. Aber wie funktioniert die? Eine Schwanzschlinge ist zum Fangen da. Von Fischen. Also es ist ein... Nein. Zum Erlegen von Fischen. Moment, vielleicht fangen die Fische sich ja auch untereinander. Ja. Ein Judasfisch war. Ein Judasfisch. Es kann ja auch sein, es gibt ja nichts im Tierreich, was es nicht gibt. Es kann ja durchaus sein, dass dieser Fisch, der macht... Das ist dann Schwanzschlinge. Schwanzschlinge. Der hat also, fängt damit das Weibchen mit seiner Schwanzschlinge. Sehr schön. Aber Sie sagten, es ist nichts, um einen Fisch zu fangen? Ähm, um ihn zu fangen, in dem Sinne... Aber festzuhalten. Aber... Festzuhalten. Ah! Um sie dann zu laichen, abzulaichen. Nein. Du fängst ein Hecht. Oder ein Hai. Der alte Mann und das Meer. Oder eine Sprotte. Oder eine Sprotte. So, weiter. So, pass auf. Wie fange ich den jetzt? Ganz nochmal. Im Hacken. So. Jetzt hast du aber keinen Köscher bei, um diesen Fisch rauszuholen. Da gibt es Schwanzschlingen, um diesen Fisch ans Boot zu befestigen. Um die dann in Bäuche aufzuschützen und den Kram rauszuholen, damit man die besser lagern kann im Eisfach auf Fischereibooten. Ja. Danke, Hella. Gerne. Also, ich lass das... Das ist zwar nicht ganz richtig, aber ich lass es mal. So für den Herrn Barsch. Ich lass es mal. Ich lass es mal. Danke schön. Auch an meine Familie zu Hause. Danke schön, Mama. Also, im Prinzip ist es so, wenn man einen großen Lachs oder Barsch fängt, dann hängt der am Haken und dann benutzt man die Schwanzschlinge, um den Fisch einfach aus dem Wasser rauszuholen, weil man das vorne mit dem Teil alleine gar nicht schaffen würde. Das ist es. Das wollte ich ja gerade doch sagen. Das ist die richtige Antwort von Mario Barsch. Also, im Prinzip war es korrekt, Jens. Malte aus Neustrelitz wird das auch finden. Es tut mir leid, Jens. Jens, sorry. Gibt kein Geld. Gibt kein Geld. Wo, bitte, ist Christian Friebe? Er wohnt an sich in Hahn. Heute Abend ist er hier. Christian Friebe. Da oben sitzt er. Christian hat eine wunderschöne Frage. Also, ich geh mal davon aus, Christian, dass die 500 Euro schon fast in ihrer Tasche sind. Das glaube ich nicht. Moment. Das ist demotivierend. So ist es. Christian, ich geh mal davon aus, dass die 500 Euro noch nicht in ihrer Tasche sind. Das ist doch meinem Mann gegenüber. Das kann man doch nicht sagen. Du kriegst nie die 500 Euro. Das ist motivierend. Ich stelle jetzt die Frage von Christian Friebe. Er möchte wissen, was ist eine Fruchtmumie? So, Christian, da kommst du aber runter und erzählst mir das. Vor kurz an, Christian, jetzt wissen wir, warum die, die hier in meinem Studio sitzen, auch immer so weit da oben sitzen. Ich nehme an, dass irgendein altes Insekt seine Eier besonders gerne in alten Äpfeln, Birnen oder wo auch immer hinterlegt, damit die ausschlüpfen können. Und diese Eier nennt man Fruchtmumien. Sehr schöne Erklärung. Stimmt das, Christian? Nein. Christian, aufwarten. Stimmt nicht. Fruchtmumien. Vielleicht schmecken einfach Mumien irgendwann so. Ja, ich war noch nie in Ägypten. Ich will da unbedingt mal hin. Aber es könnte ja sein, man packt die aus, wie man so, man hat die schön eingepackt. Und der Mensch, wenn ich den auch, da schmeckt das so nah ab. Aber das finde ich doch eigentlich sehr schön. Der Mumie an sich wurden doch immer Grabbeigaben zugelegt. Und am Ende hat der ein oder andere tut endlich arm und Waffen bekommen und die ein oder andere Königin hat. Und die Mumie hat Frucht. Das ist aber Mumienfrucht. Das wäre ja dann Mumienfrucht. Bleiben Sie mal dabei. Oh, ist gut. Bleiben Sie mal. Ne, ist völlig falsch. Aber ich finde das Thema schön. Stichwort Grabbeigaben. Stichwort Grabbeigaben. Nein, nein, er hat schon gesagt, das ist Quatsch. Er wollte nur, dass ich mich weiter blamiere. Altes Obst. Altes Obst, Fruchtmumie, sagt man, also es gibt dir die Orangenhaut. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Oh, Liebelein, du siehst aus wie eine Fruchtmumie. Es gibt doch immer so schöne Ausdrucke für hübsche Menschen. Also man sagt, Mensch, du bist aber eine Schnitte. Und das ist ein Ausdruck für ganz alte, hübsche Menschen. Dann sagt der eine Opfer zu der anderen, na du Fruchtmumie. Die ist einfach nur 90, die ist nicht mehr 20. Hübsche Idee. Ist es eine bestimmte Kiste, um Früchte zu transportieren im Lebensmittelgeschäft? Es ist keine bestimmte Kiste. Hat das überhaupt was mit Früchte zu tun oder sagt man einfach nur dazu Fruchtmumie? Es hat was damit zu tun. Es hat was mit Früchten zu tun? Natürlich. Früchten. Ich weiß bis heute nicht warum. Und wenn man das anerklären kann, wäre ich sehr froh. Es gibt, wenn man Orangen, äh, Mandarinen kauft, gibt es Kisten. Da sind ein paar eingepackt in eine Tüte und ein paar nicht. Ja. Und ich weiß bis heute nicht warum. Ich frage mich das jedes Mal. Und jetzt weiß ich, das sind die Fruchtmumien. Und dieses weiße Papier und diese, das sind die Fruchtmumien. Das ist gut. Und warum? 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 Hier, los, sag's! Warum? Warum? Schlägt nicht an die Therapie bei Ihnen. Wir können machen, was wir wollen. Keine Chance. Keine Chance. Alles falsch. Jetzt sind das ganz alte Frauen auf dem Viktualienmarkt in München, die Früchte vertauschen. Oh, 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 oh. Orangenhäute. Aber das ist schön, das ist schön. Mehr als es. Na, oh, mein Lieber. Oh, nein, nein. Die bewegen sich gar nicht mehr, wenn du sagst, du, ich hätte gerne Apfel. Du, ich hätte gerne Apfel. Die sind schon 30 Jahre tot. Orangenhäute. Heute Orangenhäute. Fruchtmum, ist es so banal, dass es Früchte sind, die einfach mumifiziert wurden? Fruchtmum, also die wirklich übrig geblieben sind? Ja, aber warum? In Salz eingelegte Früchte. Das ist ein interessanter Aspekt jetzt, der uns überhaupt nicht weiterbringt. Nein, aber wie wäre es denn mit Rummtopf? Rummtopf. Ja, wenn die alten Früchte da jahrelang in dem Alkohol schrumpeln, dann sehen die ja ziemlich alt aus. Und das sind Fruchtmumien. Aber dann steht doch drauf, jetzt neu mit neuen Fruchtmumien. Ich meine, da steht ja auch nicht drauf. Also recht getrocknete Feigen können aussehen wie die Hoden eines Greises. Wenn der Giraffe dran war. Ja, Entschuldigung. Kinder, ich habe doch nicht von mir gesprochen. Ihr müsst mal genau hinkommen. Naja, aber ich... Und zwar die ohne Sirup. Es gibt ja... Naja, aber es wird so weit. Ich glaube... Ich glaube, Bernhard Holger weiß es. Aber ich bin bekloppt. Na, da redet ihr. Dann sag es doch mal. Nein, ich weiß es nicht. Ich hätte... Du weißt alles. Nein. Sag was. Nein. Möbelhaus. Ich weiß es. Das war natürlich auch mein Lösungsansatz. Wir müssen mal von Fruchtmumien weg. Möbelhaus. Nee, es ist ein Möbelhaus. Wir kennen doch alle... Wir kennen doch alle diese komischen... Die betrefft man im Reformhaus. Jetzt warte doch mal. Ich fange doch schon mal an. Nee, ist okay. Fangen wir schon mal an. Ich mache fertig. Werner, die können doch nicht schneiden oben. Lass doch... In diesen Reformhäusern gibt es ja diese Fruchtschnitte. Und die ist ja... Wird der eine oder andere sich ja kennen wahrscheinlich. Alle kennt ihr wahrscheinlich auch. Die sind ja... Also die sind ja eingepackt in so Esspapier. Und ich dachte am Anfang, oh, eine Fruchtschnitte. Lecker. Reißt das nicht auf die Beiße rein und denke... Und denke... Jetzt so im Nachhinein denke ich, das schmeckt wie eine Fruchtmumi. Das ist so... Das ist so trocken. Das schmeckt so scheiße. Dass ich denke, ja, das könnte sein. Alles falsch. Möbelhaus war auch ganz die Fertur. Möbelhaus war schon fast 300. Aber es hat was mit Früchten zu tun. Es hat was mit einbalsamiert oder eingepackt. Christian, ich schlag dir einen Deal vor. Du kriegst von uns 10 Euro, wenn du uns einen Tipp gibst. Und die 10 Euro kriegst du in jedem Fall. Ich mache 20 aus. Und zwar von Bernhard Hoäcker. Christian, aber es ist... Lass mal... Wir werden es... Sind wir im Tierreich, Herr Bader? Nein, ich werde es euch sagen. Ja, auch das Gefühl. Der Ansatz war ja richtig. Es handelt sich wirklich um Obst. Und zwar Äpfel, Zwetschgen, Birnen, Kirschen. Alles Obst, das an Bäumen wächst. Kann als Fruchtmumie enden. Nämlich dann, wenn der Baum von einem bestimmten Pilz befallen wird. Und dieser Pilz entzieht den Früchten komplett das Wasser. Und so bleiben die total verschrumpelt wie Mumien am Baum hängen. Also waren wir mit den Trockenfrüchten gar nicht so... Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Also Pilz hätte er hören wollen. Pilz hätte ich hören müssen. Christian Friebe, 500 Euro Cash auf die Hand. Gratulation. Meine Damen und Herren, aber... Du könntest ja ein bisschen so viel zum Thema Geschäft machen. Du könntest jetzt 510 Euro haben. Natürlich. Und wo die weißen Papiere herkommen, weiß ich immer noch nicht. Ja. Es wird ewig ein Rätsel bleiben, glaube ich. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage haben. Genial Daneben 50 616 oder Sie rufen an 01378 10 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen at genialdaneben.de. Aber das wissen Sie ja schon. Savas Ziblis. Ne, ne? Ist das die Frage? Savas Ziblis. Was heißt das auf Deutsch? Savas Ziblis. Savas Ziblis kommt, wie der Name schon sagt, aus Bremen. Ja. Und Savas Ziblis möchte folgendes wissen. Warum hat die Krone der amerikanischen Freiheitsstatue 7 Zacken? Naja, das hängt damit zusammen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also das war ja ein Geschenk aus Frankreich. Wir erinnern uns. Ja, richtig. Und 7 ist eine göttliche Zahl. Ja. Wann wurde sie errichtet? Das wissen wir auch. 1886. Vollkommen richtig. Und sie ist eine Kopie derjenigen, die auch in Frankreich stehen. Weil die Original kommt nämlich... Ist aber völlig wurscht. Das ist... Du wolltest einfach nur mal gucken, wie die Tolle wir sind. Aber es ist nicht so profan, dass die mal 12 hat und beim Transport sind sie ein paar Zacken aus der Krone gefallen. Ich glaube, ich glaube, es ist trotzdem einfach... 6 sehen einfach scheiße aus. Ja, aber das ist gar nicht so dumm. Es müssen nämlich eine ungerade Zahl sein. Es muss eine ungerade Zahl sein, damit vorne nämlich eine raus... Also mit den Staaten. War am Anfang irgendwas mit den Staaten, wo sie... Ja, aber es ist ja nur 7 Staaten. Hat der nur 7 Staaten. Jetzt fragt ihr doch mal, hier steht ja schon was länger. Vielleicht war am Anfang 7 waren besonders wichtig oder die größten oder irgendwie sowas. Vielleicht hat die Marse jetzt 7 Strophen? Nee. Lass uns mal anfangen. Hallo, Herr Walder. Nicht so ein Gesicht. Nicht so ein Gesicht. Ich mühe mich hier auch rechtlich hart. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie diesen Blick für eine halbe Stunde halten könnten, würde ich nicht so ein bisschen einbauen und nicht so... Kennt ihr die Kurzversion, Herr Marseillers? Wie ist die denn? Buh, 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 buh? Aber, 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 moment, kennt ihr die Kurzversion der deutschen Nationalhymne? Nein. Oh Gott, jetzt kommt das Ganze. Buh, 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 buh. Aber, nein, 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 Moment, 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 kann man doch alles schneiden, kann man doch alles schneiden. Kennt ihr bitte ein bisschen Konzentration? Kennt ihr die Kurzversion der Amelweg? Ja, die kenne ich. Gar nicht. Ja, die kennen wir schon. Ja, ich mach's nochmal, weil einige kennen's nicht. Doch, die kennen sie alle. Aber. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Also, jetzt drehen sie, bevor sie alle völlig durchdrehen. Also, warum hat sie nie mehr? Jetzt dreht sie hier noch einer durch. Um die Frage zu beantworten, die englische Nationalhymne, wo die Kurzform ja so geht. Mario, bitte. Ja, pass auf, und zwar diese Krone, diese Zacken, sieben Stück, und zwar, weil sieben Personen, äh, ganz wichtige Personen an dieser Freiheitsstatue gebaut haben. Wer? Und zwar, der Jürgen, der Klaus, der Paul. Und nur Willi, der Willi, der Willi, der Willi war dabei. Wir haben die Handynummern jetzt. Willowitsch. Nein, aber, hat auch nichts damit zu tun, dass sieben, äh, große Firmen das finanziert haben. Wer? Natürlich die deutsche Telekronerei. Willi, Schreiderei. Ob diese Madame, äh, jemand Bestimmtes darstellen soll, diese Statue? Wissen wir das? Das ist eine Etapher für die Freiheit. Deshalb wollte ich fragen, ob einer, die in Frankreich kennt, woher die kommt, weil die kommt nämlich aus Amerika. Aber es geht ja nicht um die Freiheitsstatue, es geht ja nur um die Krone. Es geht ja darum, warum die sieben Zacken hat. Hat das was mit dieser göttlichen Zahl sieben zu tun, die in der Bibel falsche Antwort ist? Ja, falsche Antwort, wahrscheinlich. Kann es sein, dass die britische Krone auch sieben Zacken hat und dass es dann sowas ist, auch wir tun so, als hätten wir eine Vergangenheit, beziehungsweise da kommen wir ja hin. Die von der, die von der, die von der Lisbeth, die Krone. Ja, aber ich habe es nicht genau hingeguckt, der hat mehr. Der hat mehr, ne? Der hat mehr. Die hat doch ganz viel. Aber vielleicht war das der, 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 äh, zu diesem Zeitpunkt, als diese Freiheitsstatue dorthin gebracht wurde, der siebte oder die siebte Königin oder König? König von Amerika. König von Amerika. König von Amerika, der Königin, von der sie sich... Frankreich, vielleicht, die Alkanten in Spanien, richtig. Sie haben, die schon lange auch Gratier hatte. Pass auf, pass auf, sieben, jetzt, mach, jetzt, es gibt doch, sieben taucht ja oft auch in Märchen auf. Ja. Sieben Zwerge, sieben, nein, halt die Klappe, halt die Klappe, und keine, keine komische, für diesen Kinofilm, der bestimmt noch zehnmal umgeschnitten werden muss, bevor er ins Kino kommt? Ja, dann haben sie mich rausgeschnitten, aber das ist jetzt was anderes, also es gibt, es kommt ja dieser tolle Film, sieben Zwerge, aber das ist ein anderes, es gibt ja so Märchen. Wir spielen ja mit in dem Film eigentlich. In Märchen, ja. Unter anderem so ein kleiner, witziger... Bernhard! Nein, ich bin nicht dabei, aber ich, ich, nein, Quatsch, also es ist doch aus dem Märchen, sieben, sieben Zwerge, hat das damit was zu tun, so eine symbolische Zahl vielleicht aus dem Märchen? Ist das eine ehrliche Antwort? Nee. Lüg bitte, sag es stimmt und dann... Nein, es stimmt nicht, leider nicht. Also ich, ist das zu, es gibt eine Absicht, warum das sie... Natürlich. Ah, Amerika, Amerika... Nö, hat eigentlich nichts zu sagen, aber war eine schöne Frage. Hat einen Grund, natürlich. Amerika hat sich ja im Laufe seiner bisherigen kurzen Geschichte, was ist hier los? Achso, wir sollen so tun, als wäre da keiner. Ich muss sagen, es erregt mich ein Stück, was hier abgeht gerade. Oh, 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 oh. Ihr habt das nicht ausgemacht. Oh, ist gut. Ja, oh, oh, oh. Oh. Oh, zeig dich mal. Oh. Komm mal hoch, komm mal hoch. Warte, danke, danke. Ich auch, ich auch. Ich will das auch. Wow. Entschuldigung. Okay, super geil. Entschuldigung. Das ist, das war der Kollege, der hier mal sauber machte, der wollte heute ein bisschen früher nach Hause sein. Kann man hier eben mal kurz bei ebenso durchwischen? Also es gibt ja nur fünf Kontinente. Hat es vielleicht etwas mit der Astronomie zu tun? Hat es etwas mit Sternen zu tun? Mit der Ausrichtung dieser sieben Pümpel auf irgendetwas? Darf ich das aufgreifen von Heller? Ja, bitte gerne. Das mit den Pümpeln? Nein. Die Vereinigten Staaten haben sich in ihrer sehr kurzen, überschaubaren Geschichte einiges zu Schulden kommen lassen. Ist die Sieb vielleicht ein Symbol für die Sieben Todsünden? Ist es auch nicht. Und jetzt sage ich euch, was es ist. Weil, wir kommen ja zu nichts. Als die Freiheitsstatue 1886 errichtet wurde, unterteilte man die Weltmeere wie folgt. Atlantische, Pazifische und Indische Ozean. Dazu das arktische Nordpolarmeer, das amerikanische Meer, heute die Karibische See und Golf von Mexiko, das australische Meer und das europäische Mittelmeer. Und wegen ihrer Bedeutung wurde sie früher als selbstständige Meere betrachtet und als die sieben Weltmeere bezeichnet. Das wusste ich. Und die sieben Zacken an der Krone der amerikanischen Freiheitsstatue stehen für diese sieben Weltmeere. Aber diese Antwort lag so primitiv auf der Hand, dass wir die deshalb gar nicht... Hat mich gewundert, freut mich aber für Summer Sibis aus Bremen. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. ...tätowierten Menschen. In Japan der Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern verboten. Oh. Ja, der Japaner an sich, der ist ja jernschwimmer vor was fies. Da darf man ja auch nicht... Da darf man auch nicht niesen. Die sind da ganz... Wenn die auf Toilette sitzen, machen die so eine Lautsprecheranlage. Und die Japaner sind ja so hysterisch auch mit ihrer Baderei. Und am Ende erschrecken die sich und denken, das sind irgendwelche Millionen. Die haben Angst, dass da Geschichten draufstehen. Nee, komm, der Anfang ist dufte. Pass auf. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommt's. Nee, und zwar tätowierte, gerade in Japan, was ja sehr bekannt ist, in Japan gibt es unheimlich viele Organisationen. Zum Beispiel. Mafia. Genau. Und äh, 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 äh... Ja, komm, jetzt komm mit zum Klosettschieber. Mach's nix, zieh's los. Und da sind dann, da wird das irgendwie öffentlich dann veröffentlicht, ne, im Schwimmbad, weil man das ja dann nackt zeigt. Und das darf nicht sein, weil äh, der Bademeister aus Bottrop-Keschellen, der jetzt nach Japan gefahren ist. Kann, mach weiter, mach weiter, das läuft gut. Es sind eben, es sind eben zwei Worte gefallen, die vollkommen richtig waren. Nämlich Mafia. Mafia. Und Klosettschieber. Nee, ich glaube, es war... Und Bademeister. Nee, ich weiß es. Es war Reinlichkeit. Die Japaner sind reinlich und die haben, die sind ja anders als, doch, warte einen Moment. Die sind ja anders als wir. Die haben wahrscheinlich nicht sieben Hautschichten wie wir, haha, um nochmal die sieben einzubringen, sondern die haben vielleicht nur drei. Und wenn die tätowiert sind, dann denken die, ich kriege die tiefen Hautschichten nicht. Also, wenn die ins Wasser gehen, färbt das ab. Und da die so reinlich sind, denken die, Moment, wenn die jetzt ins Wasser gehen, die tätowieren, ich... Eben nicht, eben nicht. Lass uns doch nochmal sagen, welches Stichwort es war, Herr Beiler. War es Mafia? Es hat was damit zu tun. So, siehst du. Und was haben die denn? Haben die nicht so blöde drei Punkte hier rein tätowiert? Das sind die aus dem Knast. Also, die Frage ist ja, warum ist tätowierten Menschen in Japan der Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern verboten? Weil man diesen Anblick bei den unberührten Jugendlichen, die dort baden gehen, oder bei den Mädchen in Holden-Maid-Schwimmerinnen, diesen Anblick vermeiden, man möchte diesen Anblick ersparen. Danke, Herr Herz. Warum denn? Na, weil das irgendwie dann verleitet, dass die auch zur Mafia wollen. Weil sie sagen, er sieht so geil aus. Hätte geschehen. Irgendwie so. Irgendwie schon, aber nicht... Aber ist es so. Also, warum will der Staat nicht, dass einer sagt, ich bin bei der Mafia? Gut, das würde mir jetzt sofort einfallen, warum der Staat das nicht... Das reicht mir alles noch nicht. Es gibt einen ganz bestimmten Grund. Also, war der Baum jetzt Mafia richtig? Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja, also, ja, es gibt so eine Art japanische Mafia. Das ist schon richtig. Aber was hat denn das jetzt damit zu tun? Ah, nee, das ist der Schwimmbad. Yakuza. Yakuza. Heißt die. Ich bin geneigt, das irgendwie alles gelten zu lassen, aber dann wäre Inge Fuchs ziemlich traurig, weil es nicht hundertprozentig erklärt ist. Okay, dann sagt Ella jetzt... Und vor allem, die zu dieser Mafia gehörte, hat er jetzt die Löse. Es hat ja was zu tun mit dieser Yakuza, aber... Also, es gab einfach mal eine Zeit, was weiß ich, in den 20er, 30er Jahren, da haben die, was hier schon alles gesagt wurde, da haben sie untereinander kommuniziert, indem sie mit Tattoos, Signale oder Orte sich untereinander bekannt gegeben haben, um sich geheimbündlerisch zu treffen. Und das ist irgendwann mal aufgeflogen, also hat die Regierung gesagt, wollen das nicht. Also, so war es nicht, aber ich lasse es trotzdem gelten. Weil, es hat, ihr seid ja, es ist alles auf Fastrecht. Es ist sehr geholfen in der Unruhe. Das Wort Mafia kam ja von ihm, das habe ich ja nicht gesagt. Also, Tätowierungen gelten in Japan immer noch als Zeichen der Mitgliedschaft bei dieser Yakuza. Ganz egal, was für Tätowierungen es sind. Und deswegen werden Tätowierte am Betreten öffentlicher Badeanstalten und Schwimmbäder gehindert. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Pass auf. Auch für Ausländer wird keine Ausnahme machen. Bist du tätowiert, Christoph? Ja, mein Vater, der ist Bademeister aus Bottrop-Kirchelle. Der könnte, der muss immer gucken, dass er schön bekleidet wird. Also, auch als Deutscher, wenn man da hinfährt nach Japan, darf man, wenn man tätowiert ist, kein öffentliches Schwimmbad zu tun. Aber wahrscheinlich, wenn man sich ein dickes Pflaster draufklebt, ist es vollkommen. Ich würde sagen, jetzt kriegt Frau Fuchs erst mal einen kleinen Applaus. Ja, Inge, tut mir leid, aber das müssen wir anerkennen. Das müssen wir anerkennen. Ach so, so, direkt, normal. Ich habe noch eine schöne Frage von Kerstin Huber. Sie kommt aus Berlin und möchte gerne wissen, was ist der Vampireffekt? Ich habe nichts gemacht. Eben. Ich glaube, er findet gerade mal ein Arschgeweih. Ich muss kurz zurück. Ich stelle mir gerade vor, wie der Bernhard so ein Arschgeweih hat. Und in Japan dann am Badehäuschen steht, und er sagt, Was sagt er? Der ist ein Arschgeweih. Ne, was sagt der Japaner? Ja, das heißt auf Deutsch, Sie sehen gut aus, nicht so scheiße wie der Bart, der gestern hier war. Lass es nicht, aber der Bart darf hier badengehen. Liebe Freunde, darf ich kurz daran erinnern, dass wir in einer Sendung sind und gerade eine Frage gefragt wurde. Was ist der Vampir-Effekt? Ich stelle die Frage nochmal. Kerstin Huber aus Berlin möchte folgendes wissen. Was ist der Vampir-Effekt? Es gibt einen Staubsauger, den Vampir. Ich habe die Kontrolle verloren. Das ist gut. Auf einmal. Du meinst, dass die Jungs, weil die Jungs in den Staubsaugern immer einen runterholen, oder was? Das ist der Kobold. Nein, das ist der Schredder-Effekt. Herr Bayer, also wenn ich mit dem Staub... Ja, mach du erst mal. Hat das mit Kledermäusen und Kühlen zu tun, Herr Bayer? Ich kann nicht mehr. Hat das mit Vorsack, Staubsaugern und Wuppertal zu tun? Hat das was damit zu tun, dass man irgendwo Flecken hat, was Mario? Nein. Lass den Mario doch mal. Herr Lapp, vielen ihm nach. Gerne. Kann es sein, dass man irgendwo Flecken hat, dass das so aussieht, als wenn der Vampir gebissen hat? Hat der ja gar nicht, weil sowas gibt es nicht. Wo wären die denn? An der Halsschlagader. Das ist falsch, aber schön. Aber am Arm. Hier. Auch nicht. Natürlich an den Füßen. Natürlich nicht. Ist der Vampireffekt denn eine Krankheit, ein Erscheinungsbild einer Krankheit? Kann ich mit klarem und reinem Gewissen sagen, nein. Vampireffekt. Also Effekt. Was könnte denn Vampireffekt sein? Knoblauch. Nein, nein, nein. Wir sind im Finanzwesen. Ist das ein Ausdruck aus dem Finanzwesen? Ne, hat nichts mit dem Finanzwesen zu tun. Gar nicht. Überhaupt nicht. Hat das mit Helligkeit und Dunkelheit zu tun? Das ist interessant jetzt. Falsch, aber sehr. Hat das denn was mit Knoblauch zu tun, Knoblauchbalder? Das müssen Sie ja wissen. Hat das was mit Punkten zu tun? Wenn Vampire beißen, also wenn ich die geben würde, wären es ja zwei Punkte. Ja. Ihr seid ganz weit weg. Oh, wie wäre es denn im Dentalbereich, wenn hier die Zähnchen so zu lang wachsen? Oder bei den Tierchen im Zoo? Bei welchen? Bei welchen, ne? Wir sind bei den Tieren im Zoo. Nein, aber trotzdem. Ich habe gleich hier einen Vampireffekt, Herr Walder. Da hau ich aber mal in die Zähne rein. Ich sage es euch mal, glaube ich. Vampireffekt. Von Vampireffekt spricht man in der Werbung. Kommensinn, müssten Sie doch wissen. Sie haben doch selber mal Werbung gemacht. Ja und, habe ich einen alten Vampir gegeben oder was, Herr Walder? Hört auf. Der Vampireffekt ist, wenn ein prominenter Werbeträger fast die gesamte Aufmerksamkeit des Konsumenten einsaugt, wie ein Vampir. und damit von dem eigentlichen Produkt mehr ablenkt, als er das wird. Deswegen kriege ich keine Werbeverträge mehr. Sehen Sie? Ja. Ja, das ist richtig. Und deswegen kriegt Kerstin nur 500 Euro. Gratuliere Ihnen, Kerstin. Sehr schön. Ja. Ihr Lieben, das war doch wieder mal... Aber das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Manfred Krug beispielsweise hat es ja geschafft, der Telekom seinen Stempel aufzudrücken. Natürlich. Nein, ist ja so. Und wenn so, sagen wir mal, so No-Names, wie wir jetzt Reklame machen würden für schockgefrostete Spinatkügelchen von Frosta, dann sind wir danach die gefrosteten Spinattypen. Ja. Weil wir es nicht schaffen, in unserer B-Prominent, du bist was anderes, du bist C-Prominent, es nicht schaffen würden, diesem Produkt, unseren Stempel, zurück zu Hugo. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde das großartig. Es war sehr schön mit euch. Wir haben viel gelacht und wir haben viel erfahren. Das war genial daneben. Schönen Sonntag. Das war ein wunderschönes Schlusswort.